Zielobjekte erfasst, Zielerfassung fixiert. Eine verschlüsselte Mail? Aber das ist doch... Watatsumi-Serie, Produktionsnummer 22. Produktionsname, Kokor. Findet ihr nicht auch, dass die Stimmung draußen sehr angespannt ist? Ich hab das saudumme Gefühl, dass da irgendwas im Busch ist. Antriebsformel Output, Start! Keine Zivilbevölkerung mehr festzustellen. Dann wollen wir mal. Start der Operation. Zu gefilm. Übereinstimmungslevel mit Pzionenwelle steigt an. Antriebsformel Import verläuft störungsfrei. Letzte Sicherheitsschranke freischalten. Starten! Heavy Metal Burst, Start! So, Miyuki und Tetsuya, ich wollte euch danken. Dafür, dass ich dabei sein darf. Dank dir können wir diesen tollen Frühlingsurlaub hier genießen. Wir haben dir zu danken, Shizuko. Könnte man damit nicht nur eine ganze Stadt, sondern ein ganzes Land ausradieren. Es handelt sich um eine äußerst gefährliche Magie. Äh, was? Die Verwendung von strategischer Magie ist zugelassen? Ist der Wunsch, Kokoa helfen zu wollen, denn ein so unbesonderer Wunsch? Ich hätte sie auch nicht im Stich lassen können, weißt du. Das war dann wohl der Magier der Landstreitkräfte. Wie erwartet hat er interveniert. Katsutu Jumanji. Das macht ja richtig Spaß, wie geil ist das denn, bitte? So wie ich das sehe, seid ihr Stars, hm? Du bist die Schwerkämpferin der Chivas. Das nächste Mal werde ich treffen. Ich meine es überaus ernst. Und los geht's, Meeres-Yamata! Die Operation läuft weiter, Phase 2. Andgibsformeln enthalten. Du kannst dich auf mich verlassen, großer Bruder. Deep Mist Dispersion. Start! Du kannst dich auf mich verlassen, was du kannst.